Mein Thema ist Wasser im inneren Sonnensystem und ich möchte einen kurzen Überblick darüber geben, was wir schon wissen und auch natürlich, was wir hoffen zu erfahren von den Proben, die Hayabusa 2 jetzt von Ryugu zurückbringt. Und tatsächlich, die Analyse von Wasser, von extraterrestrischen Proben ist eigentlich eine Analyse, die wird relativ häufig durchgeführt. Und wenn ich solche Analysen meine, dann meine ich nicht nur die Analysen von extraterrestrischen Proben wie Meteoriten oder wie das seltene Material, was jetzt von den Asteroiden zurückgeholt wird, sondern ich meine auch die Untersuchungen, die man macht mit Teleskopen, mit Raumsonden, mit Rovern, wenn man mit diesen auf anderen Körpern des Sonnensystems nach Signaturen von Wasser sucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das eigentlich? Also was ist die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn daraus? Was kann man dann sagen, vielleicht auch in Bezug auf das Wasser auf der Erde? Und was weiß man überhaupt schon über das Wasser im inneren Sonnensystem? Und wenn man die letzte Frage adressieren möchte, dann würde ich sagen, fängt man am besten mit der Erde an. Darüber wissen wir am meisten. Und das ist ein sehr wasserreicher Planet und das ist allgemein bekannt. Die Erde ist zu 71 Prozent mit flüssigem Wasser bedeckt. Wir haben Wasser in Form von Eis an den Polkappen und wir haben Wasser in Form von Gas als Wasserdampf in der Erdatmosphäre. Vielleicht zu einem geringen Anteil möchte man sagen, doch dort ist es ein hochpotentes Treibhausgas. Wir haben aber Wasser noch in einer anderen Form und zwar in Form von wasserhaltigen Mineralen. Das können dann auf der Erdoberfläche Tonminerale sein oder aber es können sogar Erdmantelminerale sein. So wissen wir inzwischen. Der Erdmantel enthält in der Übergangszone zwischen oberen und unteren Erdmantel tatsächlich Wasser in Form von wasserhaltigen Mineralen. Und das weiß man, weil die in Einschlüssen in einem Diamanten aus dieser Tiefe gefunden worden sind. Wenn man dann jetzt weiter guckt nach Wasser im Sonnensystem, dann sollten wir auch bei unserem nächsten Nachbar direkt wieder Halt machen, dem Mond. Auch der Mond besitzt Wasservorkommen einmal in Form von Wassereis an Regionen des ewigen Schattens könnte man sagen. Das sind Regionen, das sind Krateroberflächen am Südpol, in denen es keine Sonneneinstrahlung gibt. Und hier habe ich mal ein Bild von 2018 von der NASA genommen, die die bestätigten Wassereisregionen in diesem Südpol eben in blau zeigen. Ende September diesen Jahres 2020 kam aber noch eine andere Studie heraus, die tatsächlich die Signatur von Wasser auch auf der von der Sonne beschienenen Oberfläche bestätigt. Und es scheint, dass dort Wasser einfach im Porenraum des Gesteins vorliegt oder eingeschlossen in geschmolzenen und wieder erstarrten Gesteinspartikeln. Wenn wir dann weitergehen in der planetaren Nachbarschaft, finde ich, sollten wir bei Mars anfangen. Mars war in seiner Vergangenheit vermutlich wasserreich. Wir finden Indizien dafür auf seiner Oberfläche, wo Oberflächenformationen uns an Flussläufe erinnern oder an Flussbetten. Es gibt auch Sedimentformationen, die von Rovern dokumentiert wurden. Und das könnte bedeuten, dass der Mars vor etwa drei bis vier Milliarden Jahren, also ungefähr so wie in dieser künstlerischen Darstellung, hier ausgesehen hat. Heute ist er natürlich der relativ trockene, staubige Planet, den wir kennen. Das heißt, er hat einen Großteil seines Wassers verloren, vermutlich einhergehend auch mit dem Verlust seines Magnetfeldes. Und was wir an bestätigendem Wasser heute auf dem Mars finden, das liegt zum einen als Eis vor an den Polkappen und zum anderen auch als Wasserdampf in der dünnen Marsatmosphäre. Wenn wir dann weitergehen in unserer planetaren Nachbarschaft, dann gibt es noch Merkur und Venus. Und ich habe die beiden hier zusammengefasst, denn so viel gibt es nicht zu erzählen. Denn Merkur besitzt ebenfalls keine Atmosphäre wie der Mond und auch seine Wasservorkommen ähneln denen des Mondes. Sie liegen ebenfalls in Regionen ohne Sonneneinstrahlung, diesmal allerdings am Nordpol des Merkur. Und ich habe hier die Bereiche, beziehungsweise ein Bild, das die Bereiche zeigt, genommen in Blau die Bereiche ohne Sonneneinstrahlung und in Gelb dann eben die detektierten Wassereisvorkommen von der Raumsonde Messenger. Zur Venus kann man so viel sagen, dass spektroskopische Untersuchungen darauf schließen lassen, dass die Venus vermutlich in der Vergangenheit einen Großteil ihres Wassers verloren hat. Wahrscheinlich durch eine Art Treibhauseffekt. Und das wenige Wasser, was auf der Venus noch vorhanden ist, nimmt man an, dass es in den unteren Atmosphärenschichten der dichten Venusatmosphäre als Wasserdampf vorliegt. Uns können aber noch zwei weitere Körper im Sonnensystem begegnen oder zwei weitere Sorten von Körpern. Und mit den ersten würde ich jetzt mal anfangen. Das sind die Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko, habe ich hier mal stellvertretend für die Kometen gewählt. Das ist ein sehr bekannter Komet natürlich. Die Rosetta-Mission der ESA hat ihn von 2014 bis 2016 besucht. Und Kometen bestehen natürlich zum Großteil aus Wassereis. Sie haben sich gebildet in der Frühzeit des Sonnensystems in einem Bereich hinter der sogenannten Schneelinie. Und die Schneelinie markiert die Distanz von der Sonne, ab der die Sonneneinstrahlung nicht mehr ausreicht, sodass das Wasser nur noch eisförmig vorliegt und nicht in einer anderen Form, also nicht gasförmig. Und Kometen bestehen eben genau aus diesem eisigen Material. Nichtsdestotrotz, Churyumov-Gerasimenko hat uns überrascht. Der besteht auch zu einem großen Anteil einfach nur aus Porenraum. Und er hat eine höhere mineralische Komponente, als man angenommen hat. Die nächsten Körper oder Sorten von Körpern, die uns natürlich begegnen können, sind natürlich Asteroiden. Hier Ryugo stellvertretend für die Asteroiden und auch Asteroiden enthalten Wasser. Das weiß man einmal durch ihre spektrale Signatur, wo es die Signatur von Wasser deutlich gibt. Vor allem in den sogenannten C-Typ-Asteroiden. Und das ist auch genau die Klasse, in die auch Ryugo eingeteilt wurde. Was wir ansonsten über Asteroiden wissen, wissen wir eigentlich von Meteoriten, also Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde gefallen sind. Und dort können wir sie dann auch in Labors untersuchen. Und wenn man jetzt die spektralen Signaturen von Asteroiden und Meteoriten vergleichen, dann sieht man, die C-Typ-Asteroiden ähneln ganz besonders den sogenannten CI- und CM-Kondriten. Das sind Gruppen der großen Gruppe der koligen Kondriten und die koligen Kondriten umfasst noch drei weitere Meteoritengruppen, die sogenannten CR-, CO- und CV-Kondriten. Und ich habe die Wassergehalte von allen diesen fünf koligen Kondriten hier mal aufgetragen und die reichen tatsächlich von circa 4 bis 14 Gewichtsprozent. Und wenn man sich die Wassergehalte nur der CM- und der CI-Kondriten mal anguckt, also genau das Material, von dem man annimmt, das auf Ryugo vorliegt, dann sind das sogar 10 bis 14 Gewichtsprozent. Das heißt, so viel wissen wir über das Wasser im inneren Sonnensystem. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann uns das helfen, was für Erkenntnisse können wir daraus ziehen, eventuell auch für das Wasser, das wir heute auf der Erde finden. Und um das zu beantworten, muss man sich eigentlich die Vergangenheit der Erde angucken. Es gibt die Hypothese, dass ein Großteil, bis fast alles Wasser, das, was wir heute auf der Erde finden, erst in einem zweiten Schritt zur Erde kam. Und das liegt daran, dass man annimmt, dass die Erde, so wie die anderen terrestrischen Planeten auch, in einer relativ schnellen, rapiden Phase der Aggression entstanden ist. Und die Aggression meint hier den gravitativen Einfall von Material auf die frühe Erde und das ist ein sehr energiereicher Prozess. Und die frühe Erde, der frühe Planet wird dabei so stark aufgeheizt, dass er sein Wasser nicht halten kann, was mit dem Material einfällt, sondern es verdampft und es entflieht wieder ins Sonnensystem. Das heißt, das Wasser, was wir heute auf der Erde finden, demnach sollte in einem zweiten Schritt erst zur Erde gekommen sein. In einem späten Aggressionsfenster, in dem die Frequenz der Einschläge weniger häufig war und in dem auch das Wasser, was diese Körper dann zur Erde gebracht haben, gehalten werden konnte, weil die Temperatur schon etwas geringer war. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Körper haben das Wasser zur Erde gebracht? Wir haben Asteroiden, die Wasser enthalten, wir haben Kometen, die Wasser enthalten. Das sind natürlich die beiden Hauptkandidaten. Und um die Frage zu adressieren, benutzt man das sogenannte DH-Verhältnis. Das ist nichts Kompliziertes. D steht hier für das Deuterium. Das ist ein Wasserstoffisotop, was neben dem Proton und dem Elektron, was das normale Wasserstoff ausmacht, noch ein zusätzliches Neutron enthält. Und dementsprechend ist es fast doppelt so schwer. Das DH-Verhältnis, könnte man auch sagen, ist das Verhältnis von schwerem zu leichtem Wasser, was man misst in der Probe, die man untersucht. Und dazu muss ich noch sagen, dass sich das DH-Verhältnis der Erde über die Zeit vermutlich nicht stark ändert. Es wird maximal etwas höher, es wird maximal etwas schwerer, sagt man. Aber das DH-Verhältnis der Erde, so wie wir es heute finden, sollte eigentlich noch dem DH-Verhältnis entsprechen, der Körper, die das Wasser in diesem zweiten Schritt eben zur Erde gebracht haben. Und hier habe ich mal die DH-Verhältnisse aufgetragen, die man aktuell in der Literatur findet. Ganz links in gelb die Werte für die Erde. Einmal außen für die Ozeane, den Wert kennt man sehr genau. Der liegt bei 1,56 mal 10 hoch minus 4. Und daneben den Wert für den tiefen Mantel, der ist eher eine Abschätzung mit einem großen Fehler, bei 1,2 mal 10 hoch minus 4. Und dann in blau die Werte, die man annimmt für Asteroiden. Das sind hier allerdings natürlich Werte basierend auf Meteoritenproben. Und hier die koligen Chondriten sind es, die ich hier aufgetragen habe. Und da liegen die Werte tatsächlich zwischen 1,48 bis 1,68. Die CR-Chondriten ragen da so ein bisschen raus mit Werten über 2. Und dann lila die Werte für Kometen, die man kennt. Das sind meistens optische spektroskopische Untersuchungen mit Teleskopen. Bis auf den letzten Wert ganz außen, das ist Tschurimov-Gerasimenko. Da war man ja vor Ort. Man konnte das vor Ort messen. Und man sieht schon, der Durchschnitt liegt bei 3,1, also höher als bei den Asteroiden und bei der Erde. Und das heißt, wenn sich das Erdverhältnis über die Zeit nicht stark geändert hat, dann kann man hier schon sagen, und so ist es in der Wissenschaft tatsächlich inzwischen auch, dass man sagt, Kometen haben das Wasser vermutlich nicht zur Erde gebracht, zumindest nicht zum Hauptteil. Man geht eher davon aus, dass es Asteroiden sind, basierend eben auf diesen Verhältnissen. Allerdings, man muss sagen, das sind nur Meteoritenproben, die wir hier haben. Die sind immer einmal durch die Erdatmosphäre gekommen, könnten dabei verändert worden sein. Oder sie lagen sogar, beziehungsweise und sie lagen sogar, zu einer eventuell sehr langen Zeit auf der Erdoberfläche. Das heißt, es könnte einen Wasseraustausch gegeben haben und die Verhältnisse könnten sich angepasst haben. Und es könnte einfach irdische Kontamination geben. Natürlich, es gibt auch Fälle, die man beobachtet hat. Allerdings sind das relativ wenige. Was uns dabei helfen könnte, sind natürlich Proben, die jetzt direkt von einem Asteroiden zur Erde zurückgeholt werden, ohne irdische Kontamination und die man eben dann auf ihr DH-Verhältnis untersucht. Genau das also, was man mit den Proben von Ryugo jetzt machen wird. Und man erhofft sich davon natürlich eine bessere Information bezüglich der Aussage, welche Körper haben das Wasser zur Erde gebracht? Waren es wirklich Asteroiden oder können es Asteroiden am Ende doch nicht gewesen sein? Vielen Dank.